das jub van blut finden eine weitere alternative für die wahre quest dazu einfach hier spawnen den weg hier hochreiten zu dieser position erst mal so mal kurz die kartoffel hier oben der turm der wird euch erstmal wahnsinn verpassen das kann man quasi deaktivieren indem man die mpcs da drinnen tötet dann passiert das nicht mehr dann habt ihr auch eure ruhe jetzt erstmal eine mauern dann müsst ihr hier nur einmal rundherum durch das tauch der rasenden flamme wenn man hier durch spitze hier oben werdet ihr wenn es ist man da seid in wald das ist aber nicht so schwer und schon seid ihr auch da und könnt euch hier das alternative blut der jungfer holen bei dieser kirche der inhibition viel spaß damit und lasst ein abo da dann